Ich werde es hier festhalten, bis dieser widerwärtige, abscheuliche, niederträchtige Wehfestquatsch vorbei ist. Meinst du, so finden wir den? Na klar, wir klingeln einfach jeden raus. Warum rennst du so? Ja, ich renne gerne. Das ist wichtig für die Gesundheit. Jetzt gerade, wo man so viele Kekse isst, da muss man schon. Nicht mal. Lieber Wehmann, ich wünsche mir einen Einrohgiraffenklops. Hä? Einrohgiraffenklops? Was? Kannst du nicht lesen? Da steht ein roter Gitarrenkoffer. Du hast ein echtes Sauklau, Sophie. Hab ich gar nicht. Kalle, ich spüre, wir sind ganz nah dran. Am Entführer und am Weihnachtsmann. Also, ran an die Klingel. Oh, das wird aber hübsch. An dem Schiff da vorne. Vorne ist der Bug. Ja, da könnte man noch zum Beispiel einen ganz kleinen Weihnachtsbaum hinbasteln. Oh, das ist bestimmt Ihre Freundin Sophie. Ah, Sophie. Darf ich reinkommen? Möchtest du einen Kakao? Nein. Wenn's wegen vorhin ist. Das meinte ich nicht so wegen der Sauklaue. Weißt du? Wenn du den Wunschzettel nicht lesen kannst, dann kann ihn der Weihnachtsmann bestimmt auch nicht lesen. Und dann kommt er mich heiligend nicht besuchen und ich bekomme kein Geschenk. Ja. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du nicht den Wunschzettel für mich schreiben kannst. Das merkt der Weihnachtsmann bestimmt nicht. Das mit dem Wehmann, das geht gar nicht. Und Wunschzettel von Erwachsenen werden erst gar nicht bearbeitet. Aber meine Gitarre braucht unbedingt einen Koffer, weil ich doch bald zur Musikschule gehe. Ja. Moment. Moment. Okay. kanske spüren. Also. So, versuch's mal. Besser? Wir versuchen's mal zusammen. Zusammen? Geht das dann auch klar mit dem Weihnachtsmann? Natürlich. Was du alles weißt, Pit. Ja, so. Gitarrenoffer. Fabelhaft. Willst du denn nicht aufmachen? Natürlich. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Beutolomeo Sackler. Ich und meine Kollegin Kalle. Hallo. Wir führen eine Umfrage zum Thema Weihnachten durch. Was halten Sie davon? Ähm, äh, äh, ja. Wovon? Na, von Weihnachten natürlich. Die Stimme kenne ich, glaube ich. Äh, das, das, äh, Fest der Feste. Mein Nachbar, Pit, findet Weihnachten super. Er hat mir gerade geholfen, meinen Wunschzettel zu schreiben. Und seine Wohnung ist ganz toll dekoriert. Kommt doch hoch. Äh, nein, danke. Sie haben uns sehr geholfen. Wir müssen auch weiter. Ein frohes Fest. Jetzt kriege ich meinen Gitarrenkoffer bestimmt. Was hast du dir denn so vom Weihnachtsmann gewünscht, Pit? Was ich mir als Kind gewünscht habe? Moment mal, Heiko. Schön hierbleiben, ja? Aber ich habe da so eine Ahnung. Du und deine Ahnungen. Wir suchen einen Weihnachtshasser. Kein Weihnachtsfan, der seine Wohnung dekoriert und mit Kindern Wunschzettel schreibt. Nee, nee, das kann doch nicht sein. Ich glaube, da hast du recht. Da. Toll. Aber warum hast du dir jedes Jahr das Gleiche gewünscht, Pit? Weil ich nie das bekommen habe, was ich wirklich wollte. Was denn? Einen echten weißen Hund. Aber das hat ja den doofen Wehmann erst gar nicht interessiert. Der Weihnachtsmann ist doch nicht blöd. Vielleicht warst du bloß nicht immer artig. Sophie, du musst jetzt gehen. Du bist ein Wiesel, Peter Pit. Aber ein toller. Tschüss. Herr Piess, nicht. Nun werden Sie doch endlich vernünftig. Es ist doch nicht mehr lange bis Weihnachten. Sie müssen mich freilassen. Denken Sie doch auch an Ihre kleine Nachbarin. Wie viele Kinder wird auch Ihre kleine Freundin Sophie mich heiligabend erwarten. Und wie soll ich Sie beschenken, wenn Sie mich hier gefangen halten? Darüber wird sie schon wegkommen. Pit, Pit, Sie müssen mich freilassen. Im Namen all dieser Kinder und im Namen auch Ihrer kleinen Freundin Sophie. Das ist mir gerade recht. Dann sollen halt alle Kinder tun, wie das ist, wenn man nicht das bekommt, was man sich wirklich wünscht. Na gut. Gut, dann wird mich mein Beutolomäus finden. Tja, und dann werden Sie schon sehen, was dann passiert. All die schönen Wünsche. Hier, ein Leuchttradiergummi. Oh, und da wünscht sich ein Kind einen Fernseher. Ja, es ist aber ein bisschen groß. Beutol, das ist es. Also ich weiß nicht, Kinder sollten nicht so viel Fernsehen. Ich meine doch uns. Uns? Zum Fernsehen haben wir wirklich keine Zeit. Beutol, wir. Wir gehen... Zum Fernsehen? Korrekt. Wir starten einen Aufruf. Wir erzählen alles, was wir über den Entführer wissen. Dann erkennen ihn vielleicht ein paar Leute, geben uns seinen Namen und schlagen bei ihm. Oh, Kabel, deine Idee ist phänomenalisch. Denn ich bin der Beutol. Und eins ist klar, die Schenkel gibt es auch dieses Jahr. Denn wir sind nämlich Kassner dran am Entführer und am Widerspruch. Ja, ich bin der Torii und am Widerspruch. Und wir kommen in derosi-Widerspruch.